Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezogenen Video auf meinem Kanal. Heute, My Hero Wants Justice. Ich möchte tatsächlich nur ein paar Fights machen. Am besten mit All Might... Ist der da irgendwo... Will be unlocked... Na ja... Was für Sidekick, Alter. Ist das Buggy, oder was? Let's go! Das Auswind ist ziemlich komisch gerade. Ich weiß nicht, was da abgeht. Oh, mein! Dass man da im Mauszeiger sieht, ist ein bisschen komisch, okay? Ready? Crash! Ja... Oh! Oh... recording... Oh... Oh... Jetzt... Oh... 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 Oh 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 Hey Oh What a hit Win Also Sehr, sehr schöner Effekt My Hero Academia Is eigentlich ein guter Call Könnte ich auch mal wieder weiter schauen Das habe ich nicht mit uns gemacht Wir machen noch eine Fight Jetzt habe ich noch mal Bock drauf Ein Re-Match Und das eben Sidekicks und Der Move war ausgedrungen eigentlich Ja Ja, wenn man jetzt gesehen ist wäre Wahre ich Jetzt vielleicht Potato Michael Unexz zack Seine Das ultimate Nee dernière Was wollte ich nicht? Ich verstand Unobachtet Okay, das war nuestra No Was ist das? Boah, gerade noch so gewonnen, aber jetzt habe ich Bock auf den Anime, haha, das Game ist Baba, die Fights sind auch nice, ich habe das irgendwann schon beim Spiel, in der Demo, glaube ich, oder ein Prolog oder so, ähm, trotzdem, das Fight-Ding ist eigentlich ziemlich geil, hat Bock gemacht, das zu zocken, schaut mir gerne in die Kommentare, wie es für euch ausgesehen hat, ich weiß, ein saukurzes Video heute, ähm, aber ich, ich bin gerade ein bisschen Zeitstress, deswegen geht es leider nicht anders, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.